Willkommen zur 24. Bär-Show, ja ähm, gestern die Bär-Show, ich gebe es zu, war ein bisschen kürzer geraten, aber, ja, manchmal ist das nur mal so, da ist der Tag manchmal zu lang, sozusagen. Ähm, ja, ich heute, was gibt es heute zu sagen? Ich kann schon über morgen reden und morgen wird nämlich vielleicht ein ganz hektischer Tag, möglicherweise, was heißt hektisch? Ah, cool, hat es geschafft. Ein ganz hektischer Tag, weil, ähm, möglicherweise gleich drei Kumpels kommen wollen. Der ist darunter auch natürlich, aber wenn ich es noch einen Vetter schreibe, dann muss ich überlegen, was ich mache, aber es freut mich natürlich, dass trotzdem sich mal Leute wieder melden. Also, ist okay, ich freue mich, ist okay. Was gibt's zu berichten, heutzutage? Ich glaube, ich mache heute wieder nur eine Minute. Ich habe keinen Plan, ich habe keinen Plan. Ähm, ja, toll, jetzt dürfen wir über 15 Minuten hochladen und was machen wir? Wir hocken rum und reden. Und mein Fell guckt wieder aus. Das ist natürlich die Oberstrafe im Moment. Das ist nicht professionell. So ist noch einer. Ja, schon besser. Da kann ich das Mikro hinlegen. Äh, mir fällt echt nichts ein. Ich würde mal sagen, wir warten auf morgen. Morgen muss das Intro stehen. Ihr habt noch einen Tag Zeit zu kommentieren. Ähm, sonst muss ich wieder was aus der Nase greifen und das ist nicht so gedacht gewesen dieses Mal. Deswegen, ich würde mal sagen, machen wir hier wieder Feierabend. Wir sehen uns morgen. Mit dem Erdi. Vielleicht auch noch mit anderen Gästen. Ich weiß es noch nicht. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Untertitelung des ZDF, 2020